Ich bin der Fahrer, richtig! So und wie seid ihr auf die Sache gekommen? Ja, das ist im Prinzip aus einer Schnappsidee entstanden und dann haben wir das einfach mal umgesetzt, um einfach ein bisschen Action... Ich sitze im Auto, genau. Eigentlich wollen wir den Zuschauern noch ein bisschen Action bieten, zuzüglich der Stockerläufe, dass hier auch noch ein bisschen Abwechslung mit reinkommt und da haben wir uns die Idee einfallen lassen. Sag mal, was hat dich denn geritten? Mein großes Maul. Hast du eine Wette verloren? Nein. Wie ist es dazu gekommen? Das war mal so im Gespräch und ich habe aus Langeweile gesagt, ich mache mit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.